Ja hallo ihr Lieben, Memories for You Uschi. Heute zeige ich euch ein Produkt und zwar das Taggy When Dry. Bedeutet klebend, wenn es trocken ist und zwar in Verbindung mit den Farbfoils. Die kennen viele von euch mit dem Wow Bonding Powder, aber das kann man auch hervorragend verwenden mit der Paste. Ich habe dafür unsere Fische Stencil verwendet, habe das drauf gemacht und habe das über Nacht trocknen lassen. Ich bin immer ein Fan des über Nacht zu machen, das auch sicher trocken ist. Wenn ihr das ausprobiert, ist sicherlich in zwei, drei Stunden trocken. Je nachdem, wenn ihr es föhnt, vielleicht noch ein bisschen schneller, aber ich mache das immer über Nacht und arbeite dann am nächsten Tag weiter. Die Farbfoils, wer sie noch nicht kennt, das sind so ganz dünne Folien und ihr schneidet euch da einfach immer so viel ab, wie ihr für euer Projekt braucht. Ich habe das hier gemacht, ein Stück abgeschnitten und dann ist einfach nur wichtig, dass ihr es nicht so herum auflegt, sondern praktisch mit der Farbe nach oben. Und dann mache ich das jetzt einfach über den Fisch drüber und ich habe das jetzt, mache das mit dem Falzbein, weil ihr einfach was braucht, wo ihr ein bisschen Druck machen könnt, weil das muss schon mit bisschen Druck aufgetragen werden. Ihr könnt auch die Fingernägel dazu verwenden oder eben ein anderes Tool, mit dem ihr ein bisschen Druck ausüben könnt, um das dann zu machen. So, jetzt schaue ich schon mal. Also er ist fast fertig. Wenn ich dann sage, okay, ich will das richtig schön haben, geht ihr einfach nochmal drüber. Das ist der Vorteil an dem Ganzen. Ihr könnt so lang drüber gehen, bis ihr sagt, okay, das gefällt mir jetzt, weil das geht nirgends anders hin. Also man muss da nicht aufpassen, dass das woanders bleibt, sondern das hält tatsächlich nur da, wo eure Paste war. Jetzt ist der Fisch fertig. Ihr seht es. Und der glänzt richtig schön. Sieht man das im Video? Ja. Ja, das ist hervorragend. Und da könnt ihr auch super zum Beispiel die Sprüche-Stencil verwenden, wenn ihr die richtig gut rausbringen wollt. Ihr könnt es mit dem Pinsel machen. Wenn ihr sagt, ich möchte so einen Crunch-Effekt haben, dass ihr einfach die Paste mit dem Pinsel auftragt und nur so einzelne Metallic Striche macht. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber ich finde es toll, dass man da auch die Möglichkeit hat, einfach was hervorzubringen mit der Paste. Sie ist im Angebot momentan, solange die Kreativa noch läuft. Also bis Sonntag. Schaut einfach mal rein. Es gibt ganz viele verschiedene Farben, die ihr da verwenden könnt. Und zeigt uns dann später eure Ergebnisse. Wir sehen uns. Macht's gut. Bleibt gesund und kreativ. Memories for you, Uschi. Ciao.